Hallo, wir sind hier in Köln auf der Messe Anker 2018 und neben mir habe ich unseren Salesdirektor Kurt Delval, der für das Dachgeschäft bei Comscope verantwortlich ist. Herzlich willkommen, Kurt. Danke, Matthias. Hallo, Kurt. Welche Problematiken, welche Herausforderungen haben Kunden, die uns hier auf dem Messestand hier in Köln besuchen? Ich denke, wir haben hier alle Ausstellungen das gleiche Problem. Das heißt, die Kunden wollen immer erreichbar sein. Das heißt, Netzwerkleistung verbessern, Netzwerkeffizienz machen und dann die Leistung noch verbessern. Das hört sich richtig an und perfekt. Super. Wie kann denn Comscope seinen Kunden und Interessenten dahin unterstützen? Wie machen wir das als Comscope? Wie man das hier jetzt ausstellt, haben wir Produkte von Comscope bis bei den Kunden zu Hause und wir haben viele Produkte, hochperformante Produkte, flexible Lösungen eigentlich, die unseren Kunden eigentlich helfen, um das schnell zu installieren und dann das auch abzugeben und dann das Netzwerk fertig zu machen. Vielen Dank, Kurt. Wenn man sich so umguckt hier auf der Messe, sind sehr viele Wettbewerber. Wir arbeiten hier in einem extremen Umfeld mit vielen Wettbewerbern. Warum sollten sich Comscope Kunden oder überhaupt Kunden denn für Comscope entscheiden? Immer Comscope. Eigentlich ist es ganz einfach. Wir sind schon seit mehr als 20 Jahren mit diesem Produkt in der Markt. Wir sind ganz gut bekannt, verbreitet und zusätzlich das Partnerschaft, das wir aufgebaut haben mit unseren Händlern. In Deutschland Mood, in Österreich Tiba, in der Schweiz Netcom. Das heißt, damit können wir das ganz gut anbieten bei unseren Kunden. Und zusätzlich auch noch dazu ist eigentlich, dass wir für unsere Kunden auch Trainings anbieten, womit sie dann eigentlich unsere Produkte kennenlernen und dann auch erzählt sind, wo sie und wie sie unsere Produkte eigentlich einbauen können. Das ist ein Riesenvorteil. Absolut. Das sehe ich ganz genauso. Das war Kurt Delwell, Service Provider, Comscope, Sales Director für DACH. Vielen Dank, Kurt, dass du da warst und hast dir die Zeit genommen. Danke. Gute Zeit. Wiederschauen. Gute Zeit. Musik Musik Vielen Dank.